Hey Leute, das ist ganz Hüam, willkommen bei WTN Unterhaltung. Top Dog Germany, Cora Schumacher leckt Wurst von Scheibe. Auf diese Aktion gab es gemischte Reaktionen. Cora Schumacher, 45, nahm neben anderen TV-Bekanntheiten an der Promi-Version von Top Dog Germany teil. Mit von der Partie war ihr Hund G. Annie. In der Sendung müssen die tierischen Stars unterschiedliche Hindernisse bewältigen. Unter anderem musste G. Annie eine Wurstpaste von einer Scheibe lecken. Darauf hatte der Vierbeiner aber nicht sonderlich Lust. Die Aufgabe bewältigte daraufhin einfach Cora für sie. Als Cora in der RTL-Show merkte, dass ihr Hund die Wurst von der Scheibe nicht lecken wollte, kniete sie sich hin und leckte sie selbst ab, um darunter eine Zahl zu enthüllen. Die Kommentatoren Jan Köppen, 39, und Frank Buschmann, 57, reagierten fassungslos darauf. Sie leckt das selber ab, nein. Nein, Cora, riefen beide der Ex-Frau von Ralf Schumacher, 47, zu. Angeblich habe es sich um Känguru-Paste gehandelt. Ich kann die G. Annie wirklich verstehen.